Liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, wir kommen jetzt zum Höhepunkt von diesem Abend zu unserem Festrennen, zum Herrn Altkunstrat Dr. Christoph Blocher. Im Vorfeld zu dieser Jubiläumsfeier bin ich gefragt worden und ich zitiere, warum hat die SVP vom Bezirk KUM eigentlich gerade den Blocher als Festredner gewählt? Der ist doch ein Auslaufmodell. Zitat Ende. Ich habe auf das geantwortet, dass der Herr Blocher gerade in der heutigen Zeit, in der die SVP ein bisschen angeschlagen ist, ein eigentlicher Fels in der Brandung ist. Einer, der genau weiss, dass stürmische Zeiten auch ihr ein Gute können. Meine Damen und Herren, der Altbundesrat Blocher ist eine Persönlichkeit, die sehr wohl weiss, was die Sache ist und er ist kein Auslaufmodell. wie sie uns die Medien eigentlich weiss machen wollen. Er ist ein wacher Geist mit einer Gabe, die nur sehr wenige haben. Er kann messerscharf analysieren und er hat die Fähigkeit, uns aufzwecken oder je nach Art der Lage wachzubehalten. Das können nur ganz wenige Persönlichkeiten, aber der Herr Dr. Blocher kann das. In dem Sinn, Herr Altkunstrat, Sie haben das Wort und das auch gehört Ihnen. Ja, Frau Bezirkspartei-Präsidentin, ich danke, dass ihr das Auslauf von dem so eingelassen habt. Das ist gut, da kann ich auch noch nicht nichts zu tun haben. Herr Gemeindemer von Nationalrätin Flückingen, verirrte Herren Nationalrät, Herr Ständerratskandidat, Herr Regierungsratskandidat, Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Nationalrat, Damen und Herren Grossrät, liebe Kulmerinnen und Kulmer, liebe Gäste, getreue Mittlandsleute, liebe Frauen und Männer. Hundert Jahre SVP-Kulm, das ist wirklich nicht nichts. Ihr seid, nur dass ihr es wisst, aus der Not geboren. Das ist der Vorteil von den schlechten Zeiten, dass die guten Sachen entstehen. Der Nachteil von den guten Sachen, von den guten Jahren, dass die guten Sachen leider zu Grund gehören. Ihr könnt ja an Sie durchs Drillen, müsst ihr mal schauen, die Unternehmen gehen eigentlich immer nur kaputt in den guten Jahren, und nicht in den schlechten. Weil in den schlechten gibt es sich alle Mühe, dass es blüht und vorwärts geht und in den guten ist alles selbstverständlich. Darum gibt es immer gute und schlechte Zeiten in der Wirtschaft. Es geht nie nur durchauf, es geht immer auch wieder durchab. Das merken wir jetzt bereits. Nach diesen guten Jahren passen Sie auf, dass es nicht ab geht. Aber schlechte Jahre gibt es eben auch Chancen. Weil dann gibt es Leute, die merken, jetzt wollen wir es heftig in die Hand nehmen, weil in der Wirtschaft kommen dann nicht so Karrierefiguren, die so möglichst schön aussehen und ja, wo man wählt, weil sie eigentlich noch für Harmonie sind, sondern dann nimmt man die, die wieder die Irmel hinter den Litzern und die Sachen in die Hand nehmen. Und da sind die Kulmer, vor 100 Jahren gemacht, in dieser Notzeit. Die haben gesagt, jetzt müssen wir herzustehen, durchbeissen, uns einsetzen, für die Kulmerinnen und Kulmer, für den Aargau, für unsere Schweiz. Und ich gratuliere Ihnen, dass Sie das gemacht haben, und zwar 100 Jahre lang. Frau Präsidentin hat gesagt, das war eine schwierige Zeit, in 1919. Nach einem fürchterlichen Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg. die Unzufriedenheit ist gross gewesen in der Schweiz, das ist klar. Krisen, viele Frauen mussten zu Hause die Arbeit machen, der grosse Teil sind ja da noch Bauern gewesen, Männer mussten in Krieg, aber auch die Grenzen. Sie wussten nicht recht, was. Es gab zu wenig zu essen, man musste Lebensmittel verteilen, und die Unzufriedenheit ist gross gewesen und in so einer Unzufriedenheit kann es ja alles geben. Es hat zuerst 1919 die Roten, das sind doch Kommunisten gewesen, die Gelegenheit ergriffen und haben gesagt, jetzt machen wir einen Umsturz. Und das hat dann einen Generalstreich gegeben, einen gewaltigen Generalstreich. Und die haben nicht einfach nur wollen ein bisschen mehr Lohn oder so, sondern harmlos, sondern die haben den Umsturz wollen. Der Strategieführer, der Robert Grimm, der war also kein Aargauer natürlich im Zürich, der hat gesagt, ich ziehe den Zitieren, so etwas Blöds hätte ich gar nicht sagen können. Die Anwendung des unbefrisseten allgemeinen Streiks, der zum offenen Bürgerkrieg überleitet und den Sturz der bürgerlichen Gesellschaftsordnung zum Ziel hat, das ist das Ziel des Streiks. Sie sehen, es ist also sehr gefährlich worden. Man muss die Armee aufbieten, eben, weil man das Ziel gemerkt hat, was da könnte sein und in schlechten Zeiten gibt es natürlich solche Bestrebungen. Diktatur Russland war ein Vorbild und Grimm war auch da. Parallel dazu, zum Ersten Weltkrieg und zu den Nachwehren haben wir eine furchtbare Krippenepidemie in der Schweiz mit vielen Toten. Mein Vater war in den Rekrutenschuhen, im Ersten Weltkrieg, das war im Jahrgang 1897, der hat uns immer erzählt, jeden Morgen sind, er war in Basel im Lieds gewesen, jeden Morgen sind durch die Gassen die Trommel gelaufen mit dem Ruhrmarsch und hinten hat man die Soldaten, die Toten, die unter der Krippe gestorben sind, hat man die ins Grab geträgt. Das muss man sich vorstellen, das war in dieser Zeit. Die Landbevölkerung war natürlich vernünftiger gewesen, auch im Bezirka Ulm, äh Kulm und vor allem auch im Kanton Aargau, es war natürlich mehr Vernunft gewesen. Die Armee hat auch die Landsoldaten geholt, um einsetzen, weil sie nicht mehr recht gewusst hat, ob in der Stadt eigentlich Soldaten noch zum Land stehen oder nicht. Aber auch im Bezirk Kulm ist die Unfriedenheit gross gewesen. Namentlich und auf vielen Bürgerlichen. Sie haben das mal gesagt, das nehme ich auch, ich bin also nicht ins Archiv gestiegen wie Eure Gemeindemer, aber ich habe mir gegeben, das Protokoll von dieser denkwürdigen Versammlung im Januar, als die SVP gegründet worden ist. Und hier war der Vorwurf an die beiden bürgerlichen Parteien, FDP und CVP. Sie kämpfen nicht genug für die unabhängige, freiheitliche Schweiz. Sie seien zu nachgibberisch. Und was haben sie gemacht? Sie sagten, wir machen jetzt eine eigene Partei und das war die Bauernpartei. Zwei Jahre nachdem Zürcher eine eigene Bauernpartei gemacht hat, das ist die älteste Kantonalpartei der Schweizerischen Volkspartei und dann sind die massiv eingezogen im Zürcher Kantonsort und dann auch bei den Nationalratswahlen hat die Bezirke Kulm Partei gegründet. Und sie haben schwere Vorwürfe gemacht, sie sagten, ich habe aus dem Motokoll gesehen, was da gesagt wurde. Die Freisinnigen vertreten, nur noch die städtischen Staatsbeamten sowie die Hochfinanz und sie haben überhaupt nichts mehr zu sagen. Wir sind ja alles eigentlich früher Freisinnige oder Cvp. Also wir in Kanten Zürich unsere Vorfahren waren Freisinnige. Warum müsst ihr auch mit den Freisinnigen nett sein? Die Freisinnigen sind unsere Grossväter und Grossmütter. Mit denen ist nett. Aber wir müssten einen anderen Weg gehen als sie. Sie sind dann stehen geblieben. Meine Damen und Herren und aus dem aus ist die Partei gekommen. Das Weidertaler Blatt hat gehört die Zeitung ist ja nicht gleich wie er heute hat da. Aber 160 Jahre hat das eine Leistung getan. Nur wenige Zeitung gehört noch nicht an einem Grossverlag. Das ist dann noch etwas. Nein nein das müsst ihr auch behalten. Das Weidertaler Blatt hat dann die junge Partei prägnant beschrieben. Sie hat gesagt unser Ziel ist das wir müssen für das Volk etwas tun nicht für uns selber. Das ist es genau. Das ist doch der Hauptmisstand in der Politik dass Politiker relativ schnell anfangen nur für sich zu schauen statt für die gewählt sind. Also dieser Satz ist ewig gültig. Wir müssen für das Volk etwas tun nicht für uns selber. das ist der Slogan der neu gegründeten Kulmer S&P. Gratulieren euch, darum seid ihr also stark geworden. Und ihr seid ja stark in dem Bezirk. Also nicht nur heute. Ihr seid ja vor dem Krieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg, sehr stark gewesen, 45% habe ich gesehen. Also nicht nichts, aber heute sind ihr ja bei der Letzten Nationalbrot waren 47% gehabt. Er sind aber nicht immer so stark gewesen. Er sind zwischen denen auch zusammengegangen. Ich habe jetzt zwei gute Höhepünfte genommen. Nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg seid ihr hier und die gesamtschweizerische SDP abgesackt. 1975 sind wir in einer Krisensituation gewesen, weil wir Gesamtschweizerisch unter 10% geredet. Und der Fehler ist bei uns gelegen. Er liegt immer bei einem. Der Fehler ist bei uns gelegen, weil man hat nicht mehr gemerkt, dass die Schweiz eine andere geworden ist und da haben wir gesagt, man muss wieder dahinter. Aber man ist nicht dahinter gegangen und hat gesagt, wir gehen nach links oder wir gehen nach dort, wo es gab. Aber die tonangebenden Leute, die die Partei denken, haben gesagt, wir bleiben auf unseren Grundzielen bestehen, die sind gut. Wir sind ein freiheitlicher Staat, wir sind konservativ, konservativ heisst, bewahren die guten Sachen, aber gleichzeitig auch freiheitlich, liberal konservativ, aber wir sollten nicht das machen, was wir gemacht haben nach dem Krieg, nur für Bauern. Aber wir wollen Bauern vertreten, aber das allein reicht nicht, es hat auch immer weniger. Ich habe natürlich das abgenommen. Nicht nur Finanzpolitik und Militärpolitik, Bildungswesen, wir dürfen die Aussenpolitik nicht diesen Schwärmungen überlassen, wir müssen selber auch etwas machen, also das ist der große Unbruch. Ich weiss das gut, ich bin ja hier Parteipräsidenten geworden von der Zürcher. Das war dann noch eine Sache, kann ich Ihnen sagen. So jemand wie ich wäre, hat sie nicht in guten Zeiten. Da können Sie einen nicht brauchen. Aber wenn es schlecht geht, dann können sie sagen, der kann vielleicht etwas machen. Und das ist also eine denkwürdige Generalversammlung der Zürcher SVP. Wenn es am 8. angefangen, fast wie der Gemeinderort in Rhinach, wie ich heute gehört habe, am 12. waren wir noch nicht fertig, weil es noch kein Präsident gewesen gewesen. gestritten ist geworden, wie verrückt. Und dann hat ein Motum mein Präsidium gerettet. Das gehört eben auch dazu, wenn man Geschichte anschaut. Und auf einmal passiert etwas. Und aus dem etwas wird etwas, was man gar nicht denkt. Also die, die gesagt haben, so ein verrückter Sieg, also die noch nicht gesagt, es sei ein Auslaufmodell, aber auch etwas ähnlich, so ein verrückter Sieg, ich kann schon nicht wählen, es hat noch Strafklagen gemacht, Ehrverletzung zu klagen, um das zu verhindern. Das ist zwar nicht von der eigenen Partei ausgekommen, es ist eben, was sie anders gewesen, haben sie so gemacht. Und dann, nach den 12. hat meine Frau, die neben mir gesessen ist, immer gesagt, wir sollten nach Hause, wir müssen nach Hause. Wir hatten nämlich ein 3 Monate altes Kindchen nach Hause. Meine Frau musste stillen, und dann habe ich gesagt, ich hätte einen Ordnungsantrag und habe gesagt, wie immer ihr euch entscheidet, jetzt müsst ihr Rasse entscheiden, sonst verzichte ich dann. Meine Frau ist auch da, wir müssen nach Hause, denn sie muss von uns ein 4 Monate an 4 Monate Kind stillen. und wenn sie nicht nach Hause kommen, stimmen, verhungern das Kind. Und wenn ich das Präsidium der Zürcher SVP nur mit einem verhungerten Kindchen erreichen kann, dann verzichte ich auf das Scheissamt, mir ist das Kindchen lieber als das. was. Und dann habe ich den anderen aufgestanden und gesagt, ich will einen Ordnungsantrag, jetzt wird gewählt. Das hat geholfen. Die kleinste Stimmung war fertig. Dann fing an lachen, die Freude bekommen und man hätte gar nicht gedacht, dass so einer mit dem Lachen so eine menschliche Minute hat, dass dann für ein kleines Kindchen schauen. Da sehen Sie, wie es sich braut. Und dann bin ich mit grossem Meer gewählt worden und sonst vielleicht nicht. Dann weiss ich nicht, es wäre auch gleich gewesen. Aber das ist in dieser Umwälzung gewesen. Und da mussten wir ein heftiger Denk nehmen und das ist hoch umstritten gewesen. Nicht bei den Aargauer, nicht bei den Kulver. Aber die haben so etwas auf dem Kuss mitgemacht. Aber die führenden Leute von Bern, nicht die Basis, aber die führenden Leute von Bern, sie wollten das alles hintertreiben. Berner haben die führenden Leute, die keine Ahnung wie SOP-Parteien wollen. Sie sagten, wenn es mehr Inhalte gibt, dann sind wir noch weniger. So hat es auf einmal die Rechnung gegangen. Aber Männer ist durchgesetzt. Wir wollten aber nie die grösste Partei werden in der Schweiz. Das sind wir an dem Wort. Wir hatten den gleichen Grundsatz gehabt, wie, der mit Firk Kul, ein bisschen anders genannt. Ich habe gesagt, unsere Losung muss sein. Je weniger Politiker an sich selber denken, desto mehr denken die Leute an Politiker. Denken nicht an euch, denken an das Land und an die Leute geraten. Und ihr habt gesagt, als Volkdenker und nicht an einem selber. Das ist das Gleiche. Sie sehen, ich habe das im 1977 gesagt und ihr schon 1919 und es gilt immer und es gilt auch, das muss ich Ihnen sagen, in der heutigen Zeit. Schauen Sie mal in Bern hier, wie viel dort oben sitzen, ob vor allem an sich selber denken. Und wenn Sie dann über die Grenzen schauen, sollten Sie mal eine Idee reinschauen, wie viel da nur an sich selber denken, je weiterer Weg von den Leuten das ist, desto besser ist natürlich möglich. Und so ist eigentlich die Partei so stark geworden und wir haben da viel erreicht. Jetzt kommt nicht auf an, wie viel Wähler Anteile das wir haben. Warum ist die Schweiz denn in der Europäischen Union, meine Damen und Herren? Und auch mit den Stimmen der Kulmer hier, ihr habt dann auch schon nachgeschaut, ihr habt immer rechtstimmend in der Schwere gekommen. Und Wenn wir hier nicht nötig sind, dann sind wir auch ganz alleine gewesen. Die jungen Leute, die ich immer Mut mache, sagen, da ist noch viel verrechter gewesen, als heute. Dann sind wir noch viel mehr leidig gewesen. Und da ist geschossen geworden, da ist ja so immer traurig. Meine Frau hat mir gesagt, zu Hause, muss ich das alles gefallen lassen, was die da alles über dich machen. nicht mehr recht gewusst haben, mit dem Dreck, den sie hier gerührt haben, haben sie eine Fotomontage gemacht, wo meine Frau und die vier Kinder auf der Strasse socken, an Blechgeschehen und ich oben raus schaue und pfeife, du machst die Pfeife auf die Familie runter und unten hat sie entschieden, frisch gescheiden. Ja, ganz zeitige Fotos und Erdungszüge. Also nur zum sagen, das ist ja heute nicht der Fall. Also gut, jetzt wäre es nicht mehr so interessant, wenn ich frisch gescheiden wäre in dem Wald. Aber also so, ich habe das nicht mehr erleben müssen. Aber das gehört dazu auch in der Politik, dass wenn man eine Sache richtig macht, man halt manchmal alleinsteuert. Aber das ist ja bei einem Unternehmen auch so. Wenn sie an der Spitze eines Unternehmen sind, wenn es schlecht geht, müssen sie ganz allein den Karren durchrissen und sie sind einsam. Das gehört auch in Politik. Das sage ich denen, die meinen, man muss immer beliebt sein. Man muss gar nicht immer beliebt sein. Wichtig ist, dass es richtig macht für die Leute. Da hat es sich gelohnt, es war ja ein Wunder gewesen, dass wir nur die Abstimmung bekommen haben. 80% Stimmbeteiligung. Das hat es also nicht manchmal gegeben in der Eidgenossenschaft. Und wir haben Volksmeere erreicht und wir haben Kantonsmeere erreicht. Ich habe an der Woche vor der Abstimmung nicht gedacht, dass es geraten. Aber es ist geraten. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, hochten wir heute in der Europäischen Union. Gute Nacht am 6. Nein, Also dann wären wir schon 100 Jahre SVP feiern. Aber ich weiss auch nicht wie. Wir gehen mit einem bürokratischen Akt. Auf jeden Fall hätte er dann sicher nicht so gut retten wollen. Meine Damen und Herren, ich erinnere mich gerne an den Bezirke Kulm, die grossartigen Wienetaler Kollegen im Nationalrat, Stammfest, der solide Gewerbevertreter, der Bekermeister Christian Speck. Ich habe gesehen, die Nachfolge ist schon da. Oder noch da, ich weiss nicht. Er war der Typ nicht? Er hat mir gerade neben mir gekocht. Er wollte immer am Morgen am 3. aufstehen ins Becken, ist ja klar, aber der ist natürlich geistig frisch gewesen. frischer, viel frischer als die Linke, die am Levenier schon gestattet sind. Er ist dann leider früh verstorben, auch an das grosse Organisationstalent. Hans-Uri Martins, ich habe gesehen, da hast du noch die Begabung weitergegeben, eine tüchtige Tochter, da hast du auch noch gelügt. Das ist ja gut. Der ist ja in Holzig und ich habe auch noch das ist ja in der Halle fast zum politischen Zentrum der Weiz gemacht. Und dann natürlich auch aktuell die einflussreiche, umsichtige und tüchtige Gewerbe-Politiker, Silvia Flückiger-Beni, heute ist die dann standgebeste. Heute hat mir die Frau vom Weg nachher gesagt, Silvia, Flückiger im Detail aufgezählt hat, was das heisst die Bürokratie in einem Gewerbebetrieb, oder? Sie hat recht gehabt, es war gut, es ist uns geblieben, leider ist es nicht bei den Bürokraten hängen geblieben zu pern. Die machen noch weiter, es ist furchtbar, aber sie merken noch viel mehr, wenn mit Dauer und immer noch gebremst wird. Meine Damen und Herren, wenn wir zuschauen auf die Zeit, auf die Krise vor 100 Jahren, dann müssen wir sagen, die Geschichte wiederholt sich immer wieder irgendwie. Das steht schon in der Bibel, oder? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, längst schon ist es da gewesen. Es ist vielleicht gut, wenn man manchmal auf die Auslaufmodelle gehört, die haben ja viel erlebt, oder? Es hat nicht mehr so viel Energie, aber viel Erfahrung, haben das Leben gesehen. Aus der Geschichte wissen wir 1910, man hört heute, was das war. Und wenn der Erste Weltkrieg hat eigentlich gar niemand das Recht gewusst, warum das ausgebrochen ist, zum Weltkrieg. Weil jeder gemeint hat, der werde gönnen und Land und Reichtum erben. und dann ist der Scherbe hochgekommen und dann selbstverständlich internationale große Konferenzen. Diplomaten an grünen Tischen haben die Welt aufgeteilt, aber lebensfreund. Und weit weg vom Alltag haben sie Lösungen entworfen. Und 20 Jahre später ist noch der verrückte Krieg ausgeworfen, der zweite Weltkrieg. Hat alles nicht gehalten, nicht funktioniert, Europa ist wieder in Abgeruch gestürzt. Oh, wie wenig grosses Reich. Da können Sie in der Geschichte schauen, ist doch immer wieder zusammengegangen. Immer gleich. grossmächtig, wir regieren. Schauen wir mal, wie die Habsburger runtergegangen sind. Das gibt auch mehr Säge im Kanten Aager. Obwohl ja die Wiege bei euch liegt. Aber nein, das hat er sehr gut gemacht, dass er die so früh geholt hat. Ja, ist wahr. Und dann heben die Erne nur Sorge. Ich habe gehört, die Habsburger Zöglinge, die Nachfolger von den ehemaligen Habsburger, wollen dann die Habsburger wieder kaufen da oben. Da müsst ihr dann ja nicht anbieten. Da ist also dann gescheiden, wenn der Trump Grönland kauft, als ihr dort nicht. Aber wissen in dem Salat drinnen. Zmitten in Europa, in dem pfördlichen Europa, im Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, hat es ein ganzes kleines, machtloses Land, das schon 700 Jahre gelebt hat. Und erst noch eines, was von Natur aus bitter arm ist, hat keine Bodenschätze, hat keinen Meeranschluss, über weite Gebiete eine unmögliche Topografie, Gebirge zu kommen. Das war früher noch schwieriger, hier über die Gebirge hinzukommen, als heute, man sollte da Tunnel machen. Oft passt, dass es nicht zu viel machen, aber man könnte einfach Tunnel machen. hat man noch in Wallis gesagt, wir müssen noch mal einen machen. In Wallis hat man einer gesagt, was Gott nicht durch einen Berg getrennt hat, soll der Mensch nicht durch einen Tunnel verbinden. Aber das ist ein Nachteil, überweite Gebiete, das Gebirge und dort unbewohnbar, ist doch eigentlich wichtiges Wunder, dass das kleine Land erfolgreich ist. Mindestens dürfen wir uns also sehen lassen, wirtschaftlich, freiheitlich, jeder Beziehung. Wann danken wir denn das eigentlich? Und ich sage es nicht als internationaler Unternehmer, ich meine, wir haben 96% im Export, wir kennen alle Industrieländer dieser Welt. Wir verdanken das nicht an uns selber in erster Linie, sondern einem politischen System, das einzigartig ist, das Bürgerinnen und Bürger in Mittelpunkt stellt. Das ist Geheimnis. Das haben die Schweizer aus dieser Armut in Mitte des letzten Jahrhunderts also Mitte des 19. Jahrhunderts gemerkt, nachdem Napoleon die Schweiz einmarschiert ist und wir 50 Jahre Fremd Jahrhunderts haben, wir haben 50 Jahre lang verhungert, jetzt nehmen wir es selber in die Hand und wir machen den Staat demokratisch, wir wählen nicht nur unsere Parlamente, sondern das Volk und die Stimmen ab über die Verfassung und ein wenig später dann hat man gesagt, dass das Volk genehmigt werden können. Die umliegenden Länder hier sind Kaiserreich und uns verbieten und dann sagte er es kommt nicht in Frage, dass es eine freiheitliche Verfassung gibt, das hat natürlich gemerkt, wenn wir freiheitlich sind und das machen, stehen die blöde hier, wenn die anderen das nicht haben. Die Franzose haben Truppen an die Grenze gestellt und gesagt, wir marschieren hier. Berner Ochsenbeier an die Grenze und hat denen gesagt, ihr könnt schon einmarschieren, aber das kann ich euch sagen, wenn ihr einmarschiert in das Land, dann seht ganz Europa die Bevölkerung, wenn ihr mit einem freiheitsliebenden Land umgeht. Und das werden wir auch in Europa verbreiten und dann fangen sie von euch die Trönen. Wenn sie jetzt gegangen. Sie sehen? Klare Sprache Schwemmer, viel besser als das diplomatische Gesäuse ausgelöst, was ablöntet. Wenn sie dann am Besuchern von morgen bis zum Abend sagen, sie haben wie der anderen Bäumiger Keimisch um uns denken, der ist der Grösste Uppel. Das hat den Namen genannt. Und dann haben die europäischen Grossmärkte gesagt, ja, lasst ihr machen, die Schweizer. Sollt ihr so eine Verfassung machen, da regiert der Böbel, das dauert nicht lange. Liebe Frauen und Männer, wir haben unsere Verfassung genommen. Wir haben unsere Verfassung, wo das drinsteht, Volk sagt, wir haben unsere Verfassung genommen, die sagt, wir sind ein freiheitlicher Staat. Die anderen grosseuropäischen Staaten, die man kennt, keine einzige Verfassung genommen hat, und die sind zum Teil bitterlich, in Blut, Schweiß und Tränen untertanen. Das müssen wir anschauen, das muss man sich auch für den jungen Leuten sagen, den Schülern, ich habe zwölf Enkel, ich bin immer dran, zu predigen, weiß nicht, ob sie auswachsen. Na ja, zwölf standachte, ein Genoss, langt ja, oder? Wo ist denn noch sieben für den Bundesrat? Nein, meine Damen und Herren, diese Staatsüge haben das lange gemacht. Die Direktdemokratie, der Föderalismus, die untere Gemeinschaft hat der Autonomie, der Kanton, Gemeinde, Eidgenossenschaft ist von unten her entstanden, nicht von oben. Da ist nicht einer gekommen, da auf einem Tisch und hat eine Zeichnung gemacht, der hat gesagt, da gilt und da gilt und da gilt, sondern von unten her ist es gekommen. Und das müssen wir bewahren, das ist ganz wichtig, weil natürlich sind Tendenzen zu allen Seiten, dass die, die sowas zu Hause gerne machen, nicht oben wollen. Und da müsst ihr bei euch den Kanton schauen. Ich habe das als Bundesrat erlebt, mit der Kantonsregierung ihre Dinge viel zu wenig verteidigen. Die haben dann gesagt, ja, schau, da macht es ja der Bund. Und dann hat er das Zeug abgetreten. Ganz gefährlich ist dann, wo der Bund sagt, wir zahlen dir etwas. Wir zahlen dir etwas. Wir zahlen dir etwas. Wenn er anfängt zu zahlen, fängt er an dreinschnurren. Wer zahlt befiehlt. Also das sind die Stärken, die wir nicht preisgeben dürfen. Und zwar die bewaffnete Neutralität, meine Damen und Herren. Das wird sehr gesetzt in der Welt. Kann ich auch sagen, aus der Wirtschaft. Die Schweizer haben einen ganz guten Namen. Ganz guten Namen, weil man sagt, die sind neutral, die machen nicht mit in einem Machtspiel rein. Und die Staatssühle, die muss man immer wieder verteidigen, wie die Präsidentin sagte. Da ist eine durende Sache, die sind immer gefördert. Sie werden immer abgerissen werden. Und wissen Sie noch, wo man die Europabstimmung gesagt hat, wenn Schweizer Volk, wenn Schweizer Volk rein sei und nicht in die europäische Wirtschaft zu kommen und dann in die EU geht, dann wird die Schweiz verarmen. Ihr werdet gesehen, ihr werdet keine Chance mehr und das dürft ihr nicht machen, dass ihr selbstständig bleibt. Also, es war noch eine Rezession. Nach dem verrückten Jahr 1989 gab es alles zusammen. Und in dieser schlechten Zeit haben die Schweizerinnen und Schweizer Kraft gehabt, zu sagen, wir bleiben selbstständig. Und das ist ein ganzer grosser Wert. Also, die sogenannten gescheidenen Leute, die sind alle auf der anderen Seite gewesen. Die hatten alle gefunden, wir gehen runter. Jetzt können wir schon selbstsicher sein. Jetzt können wir ja schauen, ob wir runtergegangen sind oder nicht. Und lassen euch auch nicht immer drohen. Wenn ihr mal schauen, was wir jetzt erlebt in einem halben Jahr Die Europäische Union hat gesagt, jetzt gibt es Sanktionen, wenn ihr den Rahmenvertrag nicht unterschreibt. Bis am 7. Juni muss der unterschrieben Sonst gibt es keine Verlängerung der Börseäquivalenz. Wenn sie sich nicht schämen, wenn sie nicht wissen, was das ist. Ich habe viele Leute gefragt, die den Politiker, was ist denn das eigentlich? Weisst du, was das ist? Ich habe merkt, dass ich das weiss gar keiner. Wenn es so ein hoches Wort ist, dann schäme ich, das zu sagen, weiss es nicht. Das ist gewiss ja dumm. Und ich habe mir das leisten können, weil ich ein Auslaufmodell bin. Aber da kann ich Ihnen sagen, die, die die Zeit haben, wissen auch nicht, was es ist. Und die, die das untersucht haben, das ist ganz etwas Banales. Das heisst, die, die eine anständige Börsen haben, die sagen, wir anerkennen auch die anderen. Das ist einfach das. Und jetzt hat der Europäer gesagt, gut, wenn ihr nicht machen, dann tun wir unsere Börse für den Handel der Schweizer Tite auch lieber zur Verfügung stellen. Dann hat wieder der SVP-Bundesrat, der Ueli Mourow, ganz einfach, der ist ja ein einfacher Mann, oder? Der hat nicht so lange studiert wie die anderen. Ich hätte auch nicht so lange müssen, weil es nicht gebraucht hat. Er hat gesagt, jetzt machen wir doch einfach das Gleiche. Wenn ihr das macht, dann dürfen ich keine Schweizer Titel mehr an und dann handeln wir. Genau, nur in der Schweiz. Dann ist der 7. Juni gekommen, wenn nicht um das Ringen. Dann ist der 31. Juni gekommen, am 1. Juni hat es gesagt, jetzt gibt es keine Börse-Equivalenz. Haben Sie etwas gemacht von dem? Haben Sie im Juli etwas gemacht? Dann geht es Ihnen schlechter nicht. Niemand hat etwas gemacht und die Börse hat bekannt gegeben am Schluss von dem Monat, sie hätten noch nie so einen grossen Umschatz gehabt. Nein, lassen Sie doch irgendwie nicht so... Also, es ist furchtbar, immer drohen zu, wenn Sie das nicht machen, dann selber, dieses... Es gibt schon Dinge, die gefährlich sind, aber wenn man selber nicht weiss, ob etwas nicht gefährlich sein kann, dann ist es nicht gefährlich, dann kann man draufgehen. So, und in der heutigen Zeit, es gibt nichts Neues unter der Sonne, es ist natürlich der Staat zu heulen. Unglaublich gefährlich. Unglaublich gefährlich. Weil es wirtschaftlich jetzt eine gute Zeit gewesen ist, weil es jetzt runtergehen, aber bis jetzt Blödsinn ist sie eben Ruhe gewesen, dann ist eben die Versuche den grossen Blödsinn zu machen. Man wird überwütiger. Und sagt, ja, wir könnten eigentlich auch da ein bisschen in die richtige EU gehen. Wir sind ja sowieso ein kleines Land. Das ist ja mühsam, alles selber machen. Ja, und es gibt so viele Probleme, du kannst auch nicht mehr allein. Du kannst dir die ganz alte Musik reinfüllen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist ja schon Anfangs 90er Jahre das Obsen. So gesehen, wir müssen den Tieren, wir müssen den Tieren, wir müssen den Tieren. Wir dürfen nicht den Tieren. Und da sagt die EU, schon was ich im Bundesrat gesehen bin, die EU gesagt, ihr müsst einen Rahmenvertrag unterschreiben. Da habe ich gesagt, was ist denn das, ein Rahmenvertrag? Ja, ich bin Bildersammer, ich weiss, ein schöner Rahmen, ein Schüttrück ist schön, oder? Das ist ein institutionelles Abkommen, so heilt es es da. Merkt ihr, da wieder ein Wort drin, in dem man Angst bekommt. Ein institutionelles Abkommen, das betrifft unsere Institutionen, das betrifft unsere Volksrechte, das betrifft unsere Regierungsform, das betrifft unsere Staatsform, das betrifft unsere Unabhängigkeit nach Hause, da steckt alles in dem Wörtchen institutionell. Aber selbstverständlich, das haben sie nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, ja, das ist, man kann eben wissen, wir sind doch Freunde, wir gehören doch alle zusammen eigentlich, oder, habe ich immer gesagt, ja, wir gehören zusammen, ist ja klar, aber, ich habe zu Hause auch ein so gut Verhältnis mit unseren Opfern, die tun wir wohnen, also ganz ist, wir gehören alle zusammen. Aber wenn einer kommt und sagt, so vom Ohr nahe, gucken wir alle, ins Gleiche ausgehen, dann sage ich, danke vielmals, also wir möchten lieber selber bestimmen, wenn wir ins Bett gehen. Ja, dann läuft es ja raus, was bestimmen denn die, und wer bestimmt denn da? das ist der Fehler, dass man meint, wir müssen gleich sein wie die anderen. Und da müssen Sie sehen, da müssen wir einfach handfest bleiben. Da sind dicke Interessen, die dahinter sitzen. Erstens auch für die Politiker, sollten mal schauen, was sie da, wenn wir da in die EU rutschen, was da gezahlt wird. Also, ein Abgeordneter der EU hat ungefähr 250'000 Franken, hat einen Apparat, der fliegt in der ganzen Welt umeinander. Und dann ganz schön für die Politik, in der Europäischen Union sind alle für alles verantwortlich, aber niemand für etwas. Dann packt sie nie. Und dann natürlich die grosse Industrie, die verteidigen natürlich nicht die Demokratie. Das verlange ich auch nicht. Aber sie sollen auch an uns nicht abschaffen, das geht nicht. Und da, wenn sie da, gegen die Errichtung und das Rahmenabkommen, hat einen schönen Namen, das institutionelle Abkommen, führt uns dort hin. Da brauchen sie keinen Juristen. Das ist ein juristisches Aktenvertrag. Wenn in einem Vertrag steht, dass in Zukunft Gesetze, einen grossen Teil von den Gesetzen, die Europäische Union für die Schweiz den Juristen lässt, und wenn ihr das nicht übernimmt, wenn ihr Strafmassnahmen habt, dann muss ich also nicht die Juristen sein, um zu merken, dass das ein Seich ist. Nein, da reicht das vernünftig. Menschenverstand. Und wenn dann noch steht, wenn wir Streit haben untereinander, dann entscheidet der Europäische Gerichtshof, dass das fremde Gerichter sind, auch oder also auch kein Jurist. Ich kann nichts gegen Juristen, ich bin ja selber einer. Aber das ist der Inhalt und jetzt in Bern, merken wir, da wird nicht darüber geredet. Vor den Wahlen wird nicht darüber geredet. Das ist ganz still. Das ist ganz still. Die einzige Partei, die das bekämpft, ist die SVP. haben sie eine Taktik eingeschlagen vor einem Jahr, nicht reden über die Partei, nicht reden über Europa, über Klima müssen wir reden, nicht über Europa. Und nach den Wahlen, dann kommt es dann, dann unterschreiben die Partei. In letzter Woche war es so, die Partei ist da, die Partei gibt es gar nicht, die schläft, oder? Wir, wir hier alle, die Augen gibt es nicht mehr. Und was müssen sie denn, müssen sie etwas machen? Jetzt müssen sie das Schweizer Volk wecken. Und jetzt müssen sie sagen, was ist. Jetzt gehört der Nagel auf den Kopf. Was hat jetzt die Schweizerische Partei, also ich bin ja nicht mehr in dieser Führungsgremie, da hat euch nichts mehr zu sagen, in dieser Partei, ich bin ja einfaches mittel weil sie gut gehandelt, jetzt hat sie ein Plakat gemacht, das war erst vor Woche gewesen, wo die Sachen auf den Blink bringt und sagt, hört, ihr könnt glauben oder nicht, jetzt passiert mit der Schweiz das, wie wenn gefressene, Raupen, Madden auf einen gesunden Öpter und irgendjemand der verbeisst. Das tut dem Öpfen nicht gut, aber es tut der Schweiz nicht gut und das ist ja so und jetzt was passiert denn? Wenn wir den Vertrag, den sie nach den Wahlen unterschreiben, dann kann ich ihnen sagen, dann führt das dazu, wir verlieren unsere Stärken und die Wirtschaft stark gemacht hat. Letzte Woche habe ich mit einem deutschen Infrastrille und einen Vertrag angeschaut. Er hat mir gesagt, wenn ihr den Vertrag unterschreibt, dann gibt es die Schweiz gar nicht mehr. Die Besonderheiten sind ja weg. Da habe ich gesagt, wenn sie nur Schweizerdeutsch können. Ja, wir brauchen die denen, die auf Schweizer sagen. Nein, schon im Bundesbrief steht, angesichts der Angristung der Zeit, jetzt haben wir eine Angristung der Zeit, und wir, jetzt wird verlangt von Bern aus, von den Politiker, von der Mehrheit, natürlich gehen die Linken voran, das sind immer Internationalisten, ist klar, aber ihr allein könnt es nicht. es sind sogenannte Bürgerliche oder Mitte-Parteien, die da mitlaufen. Wir müssen es beim Namen nennen. Leider hat die freisinnige Partei vor einem halben Jahr 180 Grad gekehrt, bis dann zu sagen, nein, so einen Vertrag kannst du nicht unterschreiben. Das ist ja gegen die Souveränität der Schweiz. Sie haben gesagt, dann muss man unterschreiben. Dahin stehen natürlich auch wieder starke Kräfte, führen, aus der Wirtschaft. Ich gehöre auch in die Wirtschaft, aber ich bin nicht die, die führt. Und kommt die Klimadiskussion. Die Mitte-Parteien haben gekehrt. Wir haben doch bis vor kurzem Monat vor der Abstimmung über die Energiestrategie gesagt, das muss unbedingt was folgt, das muss man ablehnen. Plötzlich, wir sind auch dafür. Jetzt ich da, weil hier Greta, gut, ich meine, das begreife ich, dass die Einfluss hat, die hat schöne Zöpfe, oder? Nein, wirklich, also, ich schaue sie noch gerne an. Einmal verlieren sie den Kopf. Übermacht, letzte Woche, um vor allem für unmöglich erachtet, dann beschliesst man einfach 13 Rappen mehr fürs Benzin. Was heisst das denn für die Leute, 13 Rappen mehr fürs Benzin? Also, im Bauplatz, eben, wir, wo ich wohne, rede ich mit diesen Bauarbeiter, die sagen, ihr könnt schon 13 Rappen mehr beschlissen. Ich schaffe heute da, auf dem Bauplatz, morgen in Wetziken, nachher in Rapperswil. ich brauche jeden Tag das Auto. Und die sagen einfach 13 Rappen mehr fürs Benzin. Und die, die das sagen, die wohnen in der Stadt Zürich. Die haben den Tram bis an die Haustür hin, die können in den Finken posten. Und wer hat das alles gezahlt? Das Tram und die Bahnen. Nicht die, die von den Haustür gerade einsteigen. Wir müssen für die Gesamtbevölkerung schauen. Und vor allem auch für die, die arbeiten, von morgen bis zum Abend. Auch die in der Landschaft, die im Bezirk Kuhn, die in den Bergtäler. Das hat die Schweiz stark gemacht. Und dann sagen wir uns, 12,24 Rappen mehr. Das ist eine Lenkungsabgabe. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, wenn Sie die einen Höhleinzigen haben, den nächsten Monat 24 Rappen, wir bezahlen, die an den Wenden gelenkt werden. Mit Wahrheit oder dann plötzlich am anderen Tag. Ja, das ist eine Lenkungsabgabe, dass Sie, ich weiss nicht, die Wahrheit gehen. Flugbeleber Türen. Die Schweiz alleine hat die Flugbeleber Türen. Hört Sie, was Sie machen? Das haben wir schon in Teilen gesagt. Dann gehst du jetzt auf Stuttgart. Von Stuttgart sei es heute schon ohne Verteuerung der Billette in der Schweiz billiger, wenn man von Stuttgart und Neujab fliege, als von Zürich. Dabei fliege ich, in den Flügen von Stuttgart zählen, Zürich, runter, machen noch Zwischenlandungen. Merken Sie, aber so kopflose Übungen machen wir, einfach zu sagen, wir sind für ein gutes Klima. Wir sind doch für ein gutes Klima. Wir sind doch für gesundes Wasser. Wir sind doch für gesunden Boden. Wir sind doch für eine gesunde Luft. Wir haben das aber auch. Ich weiss nicht, wir leben nicht in Bezirkung. Also bei uns trinken wir Leitungswasser. Ich weiss nicht, was die haben. Wegen vergiftetes Trinkwasser. Soll einer hierher kommen und sagen, wer hat vergiftetes Trinkwasser? Ich weiss, dass ich in ausländischen Ländern bin, wo kein Wasser trinken darf, wo nicht abgekocht ist. Aber da in der Schweiz sehr gutes Wasser. Das hat man aber auch alles Massnahmen ergriffen. In den 60er Jahren, als ich noch studiert habe, da war ich auch bei Hauerkrüm so einer, der meinte, die Welt geht um. Ja, wenn die Jungen sind, dürfen das auch. Wenn du aufgehend bist, hast du es nicht mehr. Ich bin viel schöner, oder? Weißt du, wie das letzte Mal haben wir viel gezeigt. Menschen werden in 20 Jahren, also 80 Jahren, nicht mehr wohnen am Zürichsee ohne Gasmaske. Sind wir überzeugt gewesen? Die Gewässer werden so schlecht. Entschuldigung, meine Kinder und jetzt auch meine Enken baden alle im Zürichsee. haben wir doch alles, wir haben alles, Reinigung, technische Massnahmen, Rauchgasreinigung und so weiter gemacht, wir machen das auch weiter, ihr solltet mal sehen, was in der Industrie alles macht. Aber solche kopflose Übungen und einfach Steuern erhöhen, da ist natürlich eine Gebäude, da hast du Klotz über, oder? Klotz über, kannst du verteilen, wie ist und so weiter. Die bringen es gar nicht, das nützt gar nichts. Ich habe ausgerechnet, können sie selber auch, wenn wirklich die Erderwärmung von CO2 kommt. Und wir würden mal in der Schweiz machen dürfen, kein bisschen CO2 mehr brauchen. Kein bisschen, gar nichts mehr. Aber dann müssen sich die Menschen auch ausmerzen, weil im Schnaufen kommt ja auch noch CO2 aus, die auch nicht alles. Und wir alles wegbrechen, merkt das nicht einmal 1 Promille von dieser CO2-Belastung aus. Das nützt gar nichts. Aber mit diesen Massnahmen verreckt die Schweiz. Wir verrecken. Und jetzt gehen wir und schauen, sagt mir, das kommt erst auf 2,35 ist der Bundesrat jetzt ausgerüstet, 2,050 käme. Das ist natürlich gemacht, dass niemand mehr kontrollieren kann. Dann sind die, die es jetzt fliessen und das Geld einsacken, dann sind sie nicht mehr da. Oder vielleicht schon noch da, aber sicher nicht mehr verantwortlich. Nein, das ist kopflos. Und da wehrt sich die SVP und sie straunen, dass wir im Moment alleine sind. Wir wehren uns dagegen, dass man die Schweiz in Tee hochkauft. Wir wehren uns dagegen, dass man institutionelle Verträge macht und wir nichts mehr sagen haben. Wir wehren uns, dass die Schweiz noch bleiben kann, was sie ist und wo sie stark gemacht hat. Für die Freiheit, für die Sicherheit. Sie müssen doch nicht meinen, wir seien das Land, wo niemand will. Wieso sind es in diesen 13 Jahren ein Million mehr Leute in die Schweiz gekommen? Weil das so schlecht ist da. Und wenn man sagt, ja, uns kenne niemand mehr auf der Welt. Also die 7 Millionen hat das mindestens gefunden, was du achst. Ja, gut, die haben vielleicht ganz gute Karten und ganz gute Kompass. Es sind vielleicht alles ganz reiche Leute, die da kommen. Nein, schau, das stimmt doch alles nicht. Der institutionelle Vertrag gehört in Apollküppen und das zeigen das Plakat. Wie sagen wir denen, die das machen? Du musst ja Namen finden. Die Linken, das ist ja klar und die Bürgerlichen sind die Netten. Netten ist ja gut, also ich kann wirklich gerne, wenn die Leute nett sind. Aber wenn sie gegenüber dem Unrecht nett sind, dann ist das gut. Also wir geben zu, haben das seiner Zeit, die Zürcher hat das sehr schwer gebracht, das haben wir den Linken und den Netten zu verdanken. Das haben wir von Franz Zola gestohlen. Dann hat mir so einen Song gemacht, als wir im Bundeshaus gehen und dann singt er da, sind alle so nett, sind alle so nett, sind alle so nett, sind alle so nett. Er hat es natürlich ironisch gemeint, er hat gesagt, die erkämen da im Bundeshaus, das klingt alle so nett. Aber wir müssen mal schauen, was die erkämen entschliessen. An die Linken und den Netten, da darfst du und jetzt das Plakat hat eine Aufschreiung gegeben. Also es war erwartet, planend, zu zeigen, und jetzt fängt die Diskussion an, sind eine Woche, sind es dann fertig mit der Strategie vom Gegner, über die SVP reden wir nicht und über die Themen reden wir auch nicht und sie sind ja tot, sind sie jetzt plötzlich da, sie sind verwacht, wenn sie zeigen müssen, da bin ich ich habe eine lange Stellung genommen, aber da hat mich einen erwischt hier im Kanton Agar, die alten Nationalräte haben sich da beim Walter Glur getroffen, auf seinem Hof, da ist einer gekommen, und da, ich habe nicht einmal gewählt, einen journalistisch, und heute keine Auskunft gegeben, ich meinte, es sei einer vom Hespoppeer-Sekretariat, da. Da hat er gesagt, ja, meinen Sie zu dem, ja, das ist ein Wohltreffer, das ist doch ein grusiges Plakat, sagen wir, wenn Sie eine grusige Sache darstellen, ohne dass das Bild grusig ist, geht doch nicht, das ist doch grusig, was doch die jetzt machen, die Schweiz kaputt machen, jetzt müssen Sie etwas machen, was zeigen, dass das grusig ist, nachher man hat eine Sprache zum gegenlesen, wenn man das darf beschreiben, dann hat er unten geschrieben, können Sie mir sagen, was grusig auf Hochdeutsch heisst. Da habe ich gesagt, nein, das ist der Sonderfall Schweiz. Das Wort gibt es jetzt nur in der Schweiz, aber ich habe euch gesagt, es gibt nicht nur in der Schweiz so grusige, die das eigenland verraten, sondern im Ausland, wir müssen nur mal schauen, aber wir haben ein schönes Wort, grusig, also da müsst ihr stolz sein, ich weiss heute noch nicht, was, also wird jetzt ein Lehrer dort, heisst das grausig, oder ich weiss auch nicht, was, aber ihr wisst ja schon, was gemeint ist, so, und jetzt wisst ihr, was ihr für eine Zukunft habt, nicht über diese Sachen reden, über die Gefährlichkeit, umkämpft dafür, dass die soliden Grundsätze, sehen wir wieder mal am Anfang von diesen 100 Jahren, nicht Methoden, nicht Tagesprobleme sind die gleichen, aber Grundsätze, die Werte sind die gleichen, Demokratie, der Bürger im Mittelpunkt, Kantone und Gemeinden müssen etwas zu sagen haben, nicht alles Bürokraten zu werden, das kommt es nicht gut, den Ländern, die so zentralistisch sind, kommt es nicht gut, ist auch nicht gut gekommen, Neutralität festheben, da haben die Leute Freude auf der Welt, wenn sie kommen und sie nicht Angst haben, dass sie irgendjemand unterjochen wollen. Bleiben auf dieser Linie und ich wünsche Ihnen, hier der Kulmer, fahren 100 Jahre so weiter, wenn er die letzten 100 Jahre gewidmet hat, denken uns gut drausen für die Schweiz. Ich danke Ihnen. Applaus und ich danke Ihnen. Und ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Herr Dr. Blocher, ganz herzlichen Dank für Ihre Worte. Ich bitte Sie noch einen Moment, hier stehen zu bleiben. In diesem Fall haben Sie uns überzeugt, Herr Dr. Blocher, Herr Alp-Bundsrat. Ich danke Ihnen im Namen von allen Anwesenden ganz herzlich für Ihr erfrischenden, aber auch aufrüttenden Referat. Sie haben bewiesen, alles andere als ein Auslaufmodell, sondern einen Mann, der genau weiss, den wir durchmühen. Vielen Dank, Herr Dr. Blocher, ganz herzlichen Dank und wir nehmen den Schob mit im Allherbst. Schön, dass Sie bei uns waren. Wunderbar, Glückwunsch, dass wir das geben. Das ist Ihre Frau, ich habe Ihnen noch etwas zu drücken, ich habe noch etwas zu drücken, aber vielleicht haben wir noch einen Applaus. Vielen Dank. Kannst du noch einmal Ihnen sagen, das hat meine Frau wirklich verdient? Nein, das ist eine Deppert, nicht einfach Frau von so einem Mann gewesen. Das kann ich auch aus der Bar inschenken. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.